heute haben wir für euch was ganz besonderes im testen zwar die gao weiß 20 schuss 30 mm fetter kaliber maximum nemm was überhaupt möglich ist 500 gramm sprich 25 gramm pro schuss dürften das sein ja die gab es nicht mehr oder gab es nicht lange bei gar um angebot die wurde anscheinend rauskam also zu heftig war genau da hat mein fach in der noch drei stück auf lager habe ich mal mitgenommen für 20 euro und ja nicht sagen viel spaß im test ja weiß richtig geiles teil schönen weißen blinkern jetzt weiß die 500 gramm so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017